Hallo Leute, herzlich willkommen auf dem Kanal Stunnergaming und heute spielen wir mal wieder wie ihr sehen könnt eine Runde Mobile Tycoon 2 wie wir sagen wir legen ja auch direkt los zack und die Ausgaben ach die machen uns hier nichts wir müssen auf jeden fall hier investieren das machen wir auch einmal direkt so Leute ich würde sagen wir sprang hier mal ein bisschen und wir sehen uns einfach später irgendwann mal wieder Leute es geht weiter ich habe jetzt hier mal ein bisschen viele Erfahrungspunkte so ungefähr 90 1000 ja ich weiß nicht ob das viel ist aber egal wir kaufen jetzt hier erstmal so ja bisschen was durch dass wir hier überall auf 100 kommen ja hier auch natürlich so aber wir sind schon wieder arm das ist natürlich sehr interessant gut wir sind arm das heißt wir müssen jetzt hier äh v4 rausbringen scammobile v4 v4 so wir gucken mal ist das immer noch so scheiße wie sonst ja gut wir nehmen immer noch den hier so was können wir hier machen Android schön dass es abgelehnt wurde ich wollte sowieso nichts kaufen okay so dann nehmen wir natürlich das hier weil das ist am besten jetzt ballern wir mal direkt alles hoch sind ja übelst gut was ist hier die ausgewählte bildschirmgröße zu groß ach so das ist wegen dem button das ist wegen dem button verziehen des home buttons ich muss den button einmal den button wo ist der button den button man wo ist der denn dieser kack hä wo soll denn der sein wo soll der sein okay egal wir machen es einfach so wir machen jetzt trotzdem den v4 und ja also wir machen das jetzt so müssen wir gleich gucken wo dann das rote kommt hier kommt das okay dann machen wir hier auf sechs so ist es nicht möglich einen gebogenen bildschirm zu verwenden sie müssen die breite des bildschirms vergrößern oder die breite des smartphones verringern nö dann lasse ich das hier einfach aus jo einfach 8k geil gut also hier müssen wir auf jeden fall noch ein bisschen was dran arbeiten aber das macht ja nichts also an der kamera meine ich jetzt weil die kamera ist arsch also die ist ja wirklich arsch ich glaube ich kann ja auch nichts weiteres auswählen doch einmal da kann ich was auswählen ne konnte ich nicht ich habe nichts gesagt gut so dann warten wir mal bis das hier geupdatet ist währenddessen warte ich auch mal ein bisschen dass ich mehr wie sagt man mehr geld kriege so leute da bin ich wieder wir haben jetzt die v4 raus also wir haben die noch nicht rausgebracht aber wir haben sie jetzt fertig so wir machen hier jetzt auch die 100 millionen dingen so wir überspringen das mal ich werde es jetzt nicht sehen so ein ballern hier mal 7,7 7,7 genau 707 raus bitte gut ja ja eine 6,2 die hatte ich noch nie sind wir auch und wir sind auf platz 4 nur ach wegen der kamera und sowas oder ja würde ich sagen gut wir gehen jetzt mal hier rüber und gehen hier mal alles ein bisschen so ab denn das ist natürlich hier auch eigentlich relativ günstig von den punkten hier ach hier geht es ja noch weiter so da haben wir sogar schon maximal jetzt hier ok ich würde sagen ich warte hier noch mal ein bisschen auf kohle so wir haben jetzt ungefähr 4,4 millionen ich glaube äh milliarden ich glaube das reicht jetzt erst mal so zack gewinnen mal hier kurz äh das hier alles ab so ok videoauflösung so wir haben einfach die fast beste kamera dann das ist schon geil aber warte wir bevor wir das jetzt machen ich drücke mal hier schon mal auf studie so machen wir natürlich hier auch einmal noch paar dinge weil da müssen wir natürlich auch gut drin sein so so natürlich hier auch einmal gut perfekt jetzt ach man warum dauert das denn hier mal so ewig ich drücke doch schon so jetzt habe ich alles perfekt stift kann ich irgendwie noch nicht fragt mich nicht warum fragt mich nicht warum fragt mich nicht warum so haben wir jetzt hier auch alles nee ok so jetzt haben wir stift und so komm ja jetzt haben wir maximal give me the maximum an wie weit geht denn das hier danke so ich glaube jetzt haben wir maximal stift auch noch mal kurz entsperrt so kamera haben wir auch als dann haben nicht ansonsten war auch alles okay gut dann haben wir da nämlich auch schon fast alles jetzt haben wir hier auch alles jetzt wird nur noch hier das und da müssen wir jetzt auch mal hier alles kaufen würde ich sagen ich glaube haben wir jetzt auch alles nicht hier noch hdr unterstützung okay perfekt so die anderen kaufen wir dann wenn wir die v15 rausgebracht haben ach so ich habe übrigens ja auch mal kurz ein bisschen hier was größer gemacht wir sehen könnt also mal was ist game mobile okay so gut wir machen jetzt das auf 5 so rein da und welches nehmen wir denn hier mal die haben jetzt hier auch irgendwie noch eine neue rausgebracht aber die ist nicht geil gut so warum ist das hier rot keine ahnung welches ist hier besser ich würde jetzt tendenziell sagen android 2 windows wollen wir natürlich nicht nutzen sondern google so ok zack 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 hdr unterstützung rein damit aber das wird jetzt ein geist krankes ding warte mal was ist hier auf 0 prozent kamera stil ok das hat einfach vier kameras das ding alles klar weiß ja nicht warum man vier kameras braucht na ich lasse das erstmal so ok die ram größe wird nicht unterstützt da müssen wir auf was müssen wir denn hier gehen der prozessor unterstützt den ausgewählten speichertypen nicht der prozessor unterstützt den ausgewählten speichertypen ja ja ich kann ja hä ach so warte mal was soll jetzt hier geht 4 4 geht auch geht 5 nö also 4 geht nur ok so ram größe nicht habe ok ram größe nicht ramm größe aha hier ist der h okay das heißt 5 äh 4 ja ok die frequenz ist was die frequenz also jetzt nur die frequenz schafft er irgendwie nicht ach hier speicherfrequenz so jetzt habe ich alles richtig ok jetzt können wir das teil rausbringen ja das kostet einfach 5800 dollar das ist teuer aber das schmeckt natürlich in meiner tash spende 2,5 ja so ich würde sagen wir gräden ja einmal noch mal das ding hier ab und stellen hier noch mal mitarbeiter so perfekt ok es ist fertig dann machen wir mal für 100 millionen natürlich so ja wir haben ja alles neu wie man sieht neun 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 preis ist nicht neu so wir ballern jetzt auch billiarden raus würde ich sagen äh schlecht der preis ist 32 prozent höher als bei der konkurren brua warum ist er wohl auch höher junge weil das der fortgeschrittener dings ist der der welt alter oder ja 30.000 junge was wollt ihr dass wir eben hat das recht auf ok ach das v4 wird ja auch immer noch gehabt dings ok ich würde sagen das war's mit dem video wenn es euch gefallen hat ihr lasst gerne liken abo und kommentar da schaut außerdem auf meinem discord server vorbei der ist unten in der videobeschreibung verlinkt aktiviert die glocke damit ihr kein blick mehr verpasst ab und drum auf den tag haut rein und euer sandow ciao 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 ciao